Grüß euch und Servus zu einem neuen Ernährungstalk mit der Birgit Barilitz. Birgit ist Diätologin und wir haben es uns heute wieder gemütlich gemacht in der Lobby vom Hotel Scharni. Hallo. Mit Kaffee und Kuchen haben wir schon gegessen. Nein, wir reden über Low Carb. Ja, also uns in Birgit hat schon beraten. Das Thema des heutigen Talks ist Low Carb, Low Carb Diät. Und was ist Low Carb? Low Carb heißt Kohlenhydrate. Low Carb heißt wenig Kohlenhydrate und dann kommt es darauf an, wie definiert man Low Carb. Es gibt verschiedene Versuche, Feinman et al. in einer ganz schönen Studie haben das in drei Gruppen zusammengefasst. Very Low Carb Ketogenic Diet, also unter 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Dann eine Low Carb Variante mit 130 bis 150 Gramm pro Tag und Moderate Low Carb Diet, also moderater Kohlenhydratkonsum, das würde dann so bis 40, 45 Prozent gehen. Das heißt, da gibt es mehrere Varianten, diese Low Carb durchzuführen. Genau, Low Carb ist nicht gleich Low Carb. Genau, richtig. Gut. Warum ist das so ein Trend gerade? Alle, die abnehmen wollen, sagen Low Carb, Low Carb. Warum? Das ist ja jetzt ein vollkommen neuer Trend. Das gibt es ja schon länger. Hat angefangen mit mit Atkins und Lutz Diät, die einfach sämtliche Beilagen und halt Kohlenhydrate möglichst weggelassen wurden und es ist halt einfach wieder entdeckt worden, vor einiger Zeit. Kohlenhydrate, vielleicht sagen wir uns kurz, wo sind die alle drinnen? Was muss man da weglassen? Kohlenhydrate sind drinnen in sämtlichen pflanzlichen Produkten. Kohlenhydrate hier werden aber einfach verstanden, also was wir so als Beilagen sehen, also Nudeln, Kartoffeln, Reis, Knödel, Nockerl. Ja, auch Hülsenfrüchte in größeren Mengen. Und Süßes. Und Süßes, genau. Auf jeden Fall einmal der Zucker. Kohlenhydrate. Und auch Obst wird halt dann beschränkt, nur wegen dem Fruchtzucker. Okay. Welche Argumente kannst du für eine Low Carb Ernährung anführen? Also für eine Low Carb Ernährung spricht, gerade wenn es um die Gewichtsreduktion geht, das funktioniert relativ schnell und einfach. Manche Leute tun sie halt einfach leichter, indem sie jetzt grob gesprochen einfach die Beilagen reduzieren oder weglassen. Bei manchen reicht es einfach schon mal, wenn sie die süßen Sachen weglassen und die süßen Getränke, dann ist sie auch schon bei Low Carb plötzlich. Es lässt halt das Gewicht relativ schnell und unkompliziert purzeln, ist auch in Studien nachgewiesen. Sogar soweit, dass im Vergleich zu anderen Diäten das relativ, zumindest in den Anfängen relativ schnell ergangen ist. Schnelle Erfolgserlebnisse. Genau, du hast einmal ein schnelles Erfolgserlebnis, das motiviert. Teilweise verbessern sie sogar die Fettstoffwechselparameter. Warum funktioniert das das Abnehmen mit wenig Kohlenhydraten? Also wenn es jetzt einfach so betrieben wird, dass ich sage, okay, ich lasse einmal die Beilagen weg, dann habe ich auf jeden Fall eine Kalorienreduktion. Und Kalorienreduktion bedeutet halt schon einmal Gewicht abnehmen. Andere Geschichte ist das, dass, wenn man sehr streng die Kohlenhydrate weglässt, sozusagen ein Hungerstoffwechsel simuliert wird. Und ja, wenn ich keine Kohlenhydrate mehr zum Verbrennen habe, grob gesprochen, dann geht der Körper an die Fettreserven. Darum funktioniert das. Und das will man. Man will die Fettreserven abnehmen. Und das will man, genau. Man will die Fettreserven loswerden. Man will die Muskeln schonen. Das funktioniert mit Low-Carb-Plus-Bewegung auch sehr gut. Also dass eben nicht so sehr an die Muskelmasse, an das körpereigene Protein gegangen wird im Vergleich zu anderen Diäten. Okay. Jetzt weiß ich von einigen Kollegen, von Trainerkollegen oder Sportlern, die das schon gemacht haben. Einige haben es nicht durchgehalten, weil sie gesagt haben, sie waren immer grantig, sie haben immer Hunger gehabt und sie waren nie glücklich. Low-Carb. Ja, das kann passieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Kollegen die Diät formuliert haben. Prinzipiell, wenn man bei jeder Mahlzeit eine gute Portion Eiweiß dabei hat, wenn man gute Fette dabei hat, wenn man schaut, dass man wirklich auch sich den Magen gut mit Gemüse anfühlt, ist es schon für viele eine recht befriedigende und sättigende Ernährung. Es passt aber halt nicht für jeden. Es kommt wahrscheinlich, du hast gerade diese drei Stufen der Diät angesprochen vorher, auf die Menge der Kohlenhydrate kommt es an. Wenn man sie komplett weglässt, habe ich gelesen, ist man in dieser Ketose, ketogene Ernährung, das bedeutet sehr wenige Kohlenhydrate pro Tag. Genau, das bedeutet unter 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Die meisten kommen dann... Das ist gar keine Portion Nudeln, nicht einmal? Ja, da darf man kein Opfer essen eigentlich. Weil Kohlenhydrate sind ja überall eigentlich drin. Genau, richtig. Also da werden nur bestimmte Gemüsesorten gegessen, also alle, die möglichst wenig Stärke drinnen haben. Und was passiert bei dieser Ketose? Was da passiert ist, normalerweise braucht der Körper und gewisse Gewebe brauchen ja Glucose, also Kohlenhydrate werden einfach zu Glucose abgebaut, um sich zu versorgen und um Energie zu haben. Und nach einer Weile stellt sich der Körper aber um. Wann keine Kohlenhydrate kommen, muss er sie irgendwie anders versorgen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann sich der Körper aus Eiweiß und Fett in Form der Gluconeogenese, also Neubildung aus Nichtzuckerglucose machen, damit zum Beispiel das Gehirn versorgt ist. Und nach einer Weile stellt der Körper auch den Stoffwechsel um und die Leber kann dann aus Fettsäuren sogenannte Ketonkörper produzieren. Die sind dann auch nachweisbar im Urin und die dienen dann als Energiequelle. Also für den ganzen Körper und auch fürs Gehirn. Das ist der Mechanismus des Körpers für Hungersnöte eigentlich. Genau, richtig. So ist es. Und die man sich da zunutze macht. Genau. Darum heißt das auch Hungerstoffwechsel. Und das ist die Ketose. Ist es sinnvoll für Sportler jetzt Low Carb umzusetzen? Oder für welche Sportler würdest du es empfehlen? Für welche Sportarten? Für welche nicht? Also ich würde wieder immer mal schauen, worum geht es? Was ist es für eine Sportart? Also eine gemäßigte Low Carb Variante ist für Sportler, wo es um Kraft geht, sicher kein Problem. Wo es um Ausdauer geht und je nachdem welche Intensität muss man sich das schon wieder ein bisschen individueller anschauen. Wenn es um das Wettkampf geht, vor einem Wettkampf eben die Gewicht verlieren will, ist es sicherlich eine gute Methode, um ein paar Kilos runterzubringen. Gibt es irgendwelche Krankheiten, wo man sagt, da sollte man nicht Low Carb anfangen? Oder ist das eigentlich für alle mal auszuprobieren? Also für Gesunde ist es nicht problematisch, würde ich sagen. Eine richtige ketogene Ernährung ist bei manchen Krankheitsbildern sogar indiziert. Und ansonsten, naja, einen Diabetiker kann man jetzt nicht so, mir nix dir nix auf mit Low Carb umstellen. Da muss man schauen, okay, man nimmt ja Medikamente, damit das einfach alles zusammenpasst. Ich habe auch recherchiert, dass es relativ wenige Studien gibt zu den Langzeitwirkungen von ketogener Ernährung, also die Extremform der Low Carb Diät. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, ob es langfristig angesagt ist. Ja, also ich kenne jetzt persönlich auch keine Studie, wo jemand angeschaut worden ist, der schon 30 Jahre ketogen lebt. Und wenn es welche gibt, die schon so lange ketogen leben, dann ist die Anzahl vielleicht auch zu klein, um da jetzt eine aussagekräftige Studie zu machen. Also bei sehr vielen Ernährungstrends und Geschichten weiß man leider nicht, wie sich das nach vielen, vielen Jahren auswirkt auf den Körper. Du bist jetzt Dietologin und hast meiner Meinung nach einen sehr sympathischen Ansatz zum Thema Ernährung, nämlich den Genussorientierten. Genau, richtig. Das heißt, wie würdest du denn jetzt einem Hobbysportler empfehlen, dass er Low Carb umsetzt, ohne jetzt zu extrem zu werden und vielleicht auch körperliche Risiken? Also ich würde, wenn, dann eher einen einen moderaten, niedrigen, moderaten Kohlenhydratkonsum empfehlen und ja, anschauen, was hat der für Vorlieben, was macht der denn für einen Sport, ist eine Gewichtsreduktion gewünscht, notwendig oder nicht und dann einfach so die Ernährung zusammenstellen. Eine Frage fällt mir jetzt noch ein, die viele propagieren ja, dass man am Abend die Kohlenhydrate weglassen soll, in der Früh essen. Macht das einen Unterschied, ob man sie am Abend weglässt oder geht es wirklich darum, was man unterm Strich am Tag an Mengen Kohlenhydrate gegessen hat? Also klassisch würde man jetzt wahrscheinlich sagen, naja, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie insgesamt der Tag ausschaut und auch wie die Bilanz jetzt über eine ganze Woche ausschaut, aber es ist schon so, dass bei manchen Leuten, da habe ich jetzt aber keine Studie dahinter, also manche Leute haben halt das Gefühl oder sie merken einfach, das Gewicht geht leichter runter, wenn sie am Abend die Kohlenhydrate eher weglassen. Es gibt aber auch Leute, die dann urschlecht schlafen. Also man kann das wieder nicht so überall kaum scheren. Okay, es geht dann schon eher darum, wie viel man am Tag isst und wann ist halt Geschmackssache sozusagen. Na gut, dann glaube ich, haben wir alle Fragen beantwortet zum Thema Low Carb. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren posten. Ihr könnt uns auch posten, was ihr für Themen von der Birgit behandelt haben wollt. Die kennt sich in vielen Bereichen aus. Ich freue mich, wenn ihr den Channel abonniert und ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurer Ernährung.